Hallo und herzlich willkommen zurück zu Octopath Traveler 2. So, ich hab natürlich wieder die Map ausgemacht auszusehen. Wir wollen, äh, wir wollen in die Richtung nach oben. Und zwar, ne nach oben wollen wir nicht. Wir wollen zur Seite. Wollen wir den neuen Dungeon machen. Und wir fokussieren uns nicht auf die Gegner hier. Ich hab alles verkauft, tatsächlich, was nicht mehr relevant für mich war. Neu ausgerüstet, die Rüstung gemacht, die Schilder gemacht, Waffen angepasst, alles mögliche hab ich gemacht. Und ich hoffe, dass das jetzt so gut ist. Lachen wir uns jetzt eine Show. Bekommst du dir selbst. Jo, unsere Gruppe steht Und, äh, ich wollte euch noch den Geldbestand zeigen Wir haben jetzt 260.000 Äh, weil wir haben da Gerade diese Lady dabei, die bringt uns viel mehr Geld ein, wenn wir Sachen verkaufen Das ist schon mal ziemlich nice Ich denke mal, da gibt's auch Geilere Sachen noch Dass man irgendwie, ja Sachen verkaufen kann für 50% noch mal Zusätzlich zu dem Preis Wäre natürlich schön Wir gehen erstmal hier mit dem Boot Ne? Weil wir müssen aufpassen, das ist Level 26 Das ist schon ein bisschen stärker Erleuchtetes Armband, das hört sich schon mal Eigentlich geil an Was bist du denn? Erleuchtetes Armband Ach, noch ein Ausweichen Plus 50, natürlich Hab ich da noch nicht genug von Und da sind sie Die ersten Level 26er Gegner Wir sind auch nicht voll geheilt, sehe ich gerade Aber okay Ja, Überraschungsangebund Ist eigentlich, glaube ich Verschlagener Hai Gut rote Harmonie Ja, komm Perfekt Oh, Vergiftung Oh, der ist schon fast tot Zwillingsdrache Zwillingsdrache Stark sind die Gegner Jetzt nicht Also ich hätte mir das Schlimmer vorgestellt Okay, da hinten ist der Boss Wahrscheinlich Also hier gibt es auf jeden Fall Das Boss Wenn ich das richtig analysiert habe Okay Die Kiste haben wir geöffnet, hier geht's runter Ich werde je Ihr kleine Mistratten Lass Wow Wow Oh. Ow. Oh. Oh. Ready? Prepare yourself. There is no need for flat. Yo. Dreifacher Level Up. Ja moin. Gönn mir. So. Hier ist doch bestimmt ne Secret. Schatz gesagt. 10.000! Einfach mal 10.000 money. Ah. Hier bist du sicher. Was bist du? Bergzieger. Oh, die hat so ne Heilungsfähigkeit. Boah, ist so stark. Oh. I'm investing in you. I know. Here I come. How? There's no need for flattery. It'll rust my sword. Nice. Okay. Ein Bannhalsband. Okay. Also der Lodge ist nicht so groß. Oh. 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 3 Wuhuhuhu Schön 11.000 Mann ey Ja boien Alter Und nochmal 1500 EP und nochmal 500 LBP Schön Sehr schön Das schreit doch gerade nach einer Level Up Sache hier oder? Ja guck mal hier Heiliger Schild Und Elfrix Gnade Lass einen Verbündeten für 3 Runden Am Ende jeder Runde Nochmal in Aktion treten Es kann nur eine zusätzliche Aktion Ausgeführt werden Okay ja cool Sonst habe ich aber nichts hier So was hast du hier? Beliebte Träger Bei Kampfunfähigkeit Einmal pro Kampf Mit 25% Zertappen Maximal GP nieder Juhu Das will ich auf jeden Fall haben Aber ich kann den ausweichen Man kann den jetzt nicht rausholen Deswegen lasse ich das aktuell Kein Boss Kein Boss Och nö Kein Boss Och Och Man Och Wieder so eine Lame Höhle Och Mann Ich bin so traurig gerade Ich wollte eigentlich einen geilen Bossfight Hier drin packen Aber nö Überhaupt nichts Bossfight Ist nur schmuh Einfach gar nichts Ja geil Wir haben eine Kate Aber Ich hätte lieber Echt einen Boss Ach Mann Oh die halten viel aus Die halten viel aus Ja Hikari hat noch einen Level ab Aber Mann Wir haben Ach Mann ey Ja gut Dann gehen wir in irgendwelche Städte Und probieren auch Irgendwelche Missionen zu machen Gibt es die Missionen Wir gucken einfach Wir können auch mit Hikari mal Den Typen hier weghauen Bist du stark? Wir sind echt Stufe 4 Hä? Und Lass mich Ne Den will ich nicht haben Ne Lass mich hier rein Hallo Gib mir deine Sachen bitte Danke. Ehemaliger Champion. Ich kann dich da durch. Äh. Hallo. Ich kann dich da durch. Ich kann dich da... Ach so, wir müssen die bekämpfen. Und umnocken geht nicht. Stufe 30. Okay, dann kämpfen wir gegen den Champion. Au. Okay, die macht einen starken Angriff. Okay, aber... Problem ist... Die hat schon mal keinen... Oh, das ist geil. Hä? Das verstehe ich nicht. Ich entferne dem doch seine Effekte, oder nicht? Ich glaube, hier wird jetzt das Perfekte sein, das hier. Ich mache mal eine Heiltraube. Oh, die hat geile Fähigkeiten. Ich kann dich für dich. Ich kann dich noch so nicht. Ich habe das. Ich habe das für dich. Und wenn ich mich nicht... Okay. Ich habe das. Oh, das ist wirklich ein range. Okay. An Spalte! 10.000 Damage! Errungenschaft freigeschaltet, was für ein Schlag! Ja, klar, wenn du nur mehr als 9999 Damage machst. Klar, verständlich. Oh, der ist schon rot. Ich glaube, Pfeilguss, obwohl, nee, wir machen es so. Äh, Verweilung. Was ist das denn für eine Scheiße? Das ist ja mega scheiße, die Fähigkeit. Hier komme ich. Okay, der Bogen ist nicht so stark, aber mein Schwert dürfte das stärkste sein, oder? Ja, 96. Jetzt will die nicht sterben, ne? Ich habe keine EP mehr. Ja, endlich. Ich habe noch viel zu lernen. Gott, der hat sich ultra lang hingezogen. Für einen starken Angriff auf alle Gegner aus. Ja, die ist doch geil. Boah, drei bis fünf Bogen. Ich weiß nicht, ob ich die drin behalten will, ey. Weil die ist richtig... Okay, die gilt auf alle Gegner, ne? Das ist natürlich eine Multi-Attack, so. Für einen Dolch-Angriff auf einen Gegner aus. Für sie mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit mit Gift. Das ist auf jeden Fall wichtig. Zwillingsdrache. Zwei Aktegegriff auf einen Gegner. Allen Gegnern Feuerschaden. Ich glaube, das können wir mittlerweile mal rausholen. Weil... Der ist nicht so stark. Treuebogen. Das sieht sehr, sehr geil aus. Oh, yes. Ach, du Scheiße. Verringert selten das Ausweichen des Ziels. Ist aber eine Tempowaffe. Das heißt, eigentlich nicht für mich. Weil ich bin ein Crit-Player. Also mit Hikari zumindest. Aber der Bogen... Alter, der hat 200 physischen Angriff. Der wäre jetzt stärker als mein Schwert. Bist du ein Tempo? Ja, du hättest ein Tempo-Bogen, ne? Du könntest den gut nutzen. Ah, wir gucken mal gerade. Ausrüstung. So. Du, hast du... Ne, du bist auf Genauigkeit, ne? Aber dir würde der auch sehr gut stehen. Der geiler Treuebogen hier. Aber ich glaube... Obwohl, sie hat auch noch einen. Sie hat so eine Luschi-Waffe. Okay, dann kriegt Patissio tatsächlich den Treuebogen. Let's go. Und Kasti bekommt den alten Bogen von ihm. Und damit hätten wir einen sehr guten Tausch gemacht. Fast. Fast. Sehr schön. Aber das ärgert mich so hart, dass wir nicht, äh... Ähm... Dingsbums. Dass wir da keinen Boss hatten in dieser einen Höhle. Okay, Quest. Hast du eine Quest für mich? Interesse an Octopus. Ja. Okay, haben wir nichts für den leider. Äh... Duo. Oh. Champion Arena. Ob ist er nur so versessen, darauf am Turnier zuzunehmen? Dabei ist er so ein Herzens. Das ist gut, da bin ich ja eigentlich keiner Flieger. Etwas zu Leid gekochen kann. Wenn es mir nicht gelingt, ihn vom Kärnten A zu bringen, werden wir sich sicher verletzen und das Schlimme noch den Tod finden. Wer da? Der hier? Ist es der hier? Vielleicht? Ich probiere das mal, ob das der ist. So, warst du das jetzt? 3x5 doll auf zufällige Gegner, ne? Reicht das schon? Oder ist es er hier? Ich würde das gerne leben. Aber wir hatten doch den... ehemaliger Champion, das war doch hier das, ne? Ich weiß leider nicht, mit wem ich da reden muss. In der Kirche war auf jeden Fall noch was. Da gab es die Quest mit den Büchern. Da haben wir auch tatsächlich schon ein paar Bücher gesammelt. Berichte von der Wildlingsinsel, die haben wir glaube ich. Aus den Tiefen der Höllen haben wir. Die ungewöhnliche Legende, haben wir die auch? Wir haben alle. Oder? Oder? Ne, okay. Okay, uns fehlt das mittlere hoch. Okay. Naja. Ich habe hier drin übrigens auch alles gelootet. Die geht auch noch sehr weit nach unten tatsächlich. Hätte ich auch nicht gedacht. Okay, wir müssen jemanden vom Kämpfen abbringen. Aber wem? Wäre doch nicht, ne? Also hier unten ist jemand, der... Kämpfen will. Nur wer? Du? Meine Zuschauer. Da unten steht noch jemand. Zuschauer. 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 Ach. Ich sehe ihn leider nicht hier. Vielleicht steht der oben? Schauer. Schauer. Wir finden mal. Auf deinen Weg. Jetzt beginnt es. Ich weiß nicht, ob es der ist, deswegen... Ich hoffe, es ist er. Ne, okay, es ist nicht er. Ich verstehe einfach nicht, wo der ist. Ja, okay, dann gehen wir halt woanders hin, Mann. Irgendwie muss ich meinen Freund davon abhalten. Ja, aber wo? Das könnten wir mal probieren, ne? Reparatur der Kathedrale. Ich glaube, wir hätten... Äh, wo sind die denn? Wo haben wir die Items denn hier? Ja. Okay, Feuer-Seelenstein L, Eis-Seelenstein L, Blitz-Seelenstein L, Wild-Seelenstein L. Nur Licht-Seelenstein L fehlt. Aber ich glaube, den brauchen wir auch gar nicht. Wir gehen mal nach oben. Wenn wir alle brauchen, wäre das scheiße. Aber wenn wir wirklich nur die normalen Elemente brauchen. Feuer, Wind, Eis und Blitz. Das wäre das Beste. Weil dann hätten wir die schon. Können wir die Quest endlich mal beenden? Ich meine sogar... Moment. Hattest du? Warst du so stark? Nee, du warst nicht so stark. So, ich hoffe, du brauchst nur das. Feuer, Eis, Blitz und Wind. Perfekt! Haben wir! Wuhu! Oh, wie schön! Boah, das muss ich eigentlich als Thumbnail nehmen. Ja. Scheiße auf den Dungeon. Der wäre eh... Schmutz. Ah, endlich erstarrt das Fenster wieder in seinem alten Glanz. Mir scheint es ist sogar schöner als je zuvor. Jetzt kann der Pontifex endlich in Frieden ruhen. Und all das haben wir einzig euren Seelensteinen zu verdanken. Habt Dank! Ohne die vier Seelensteine wäre eine solche Pracht unerreichbar. Man muss sie zermahlen. Man muss sie zermahlen, dann mit Asche und Kaltstein vermengen. Und dann Glas in allen Farben des Regenbogens daraus herstellen. Wie allgemein bekannt ist, hat das Fenster darüber hinaus auch eine schützende Wirkung. Auch das ist den Seelensteinen zu verdanken. Dieses Fenster ist also nicht nur eines der kostbaren Kunstwerke unseres Konstinents, sondern auch ein heiliges Artefakt, das den Segen der Götter birgt. Ich wage gar zu behaupten, dass diese Perfektion und Erhabenheit unerreicht sind. Oder gibt es sonst etwas Vergleichbares? Ich denke, die Antwort lautet nein. Sieht echt schön aus. Äh, Verzeihung, ich habe mich wieder etwas mitreißen lassen. Aber bitte haltet auch ihr euch nicht zurück und berichtet allen, die ihr trefft, von der Vortrefflichkeit dieses Fensters. Sieht schon echt cool aus. 8000 übersinnlicher Stab! Oh, das sieht echt cool aus, ne? Sieht schon echt schick aus. Okay, übersinnlicher Stab. Ist das etwa was für unseren Freund hier? Der ist ja noch geiler. Ach du Scheiße. Alter, physischer Angriff plus 152. Der ist 60 stärker als der. Äh, der Elementangriff ist 30 Points stärker. Und, okay, Tempo hat der dafür nicht, aber der hat Elementverteidigung plus 88! Alter, was? Ich muss mal testen, ob er den Stab haben will, ey. Weil Tempo ist eigentlich schon geil. Äh, ich will hier Tempo in den östlichen Sanden. Okay. Okay. Mhm. Da verbraucht man gute Schauspieler. Frühe Fischer. Dribbelfisch. Keine Ahnung. Fischdieb. Mädchen mit den drei Wünschen. Ja, da fehlt mir noch die eine Sache, dass ich diesen einen Typen da finden muss. Leuchtturm. Keine Ahnung. Das verstehe ich nicht, diese Quest, ne? Ein deiblig delegates Gelicht. Der geniale Erfinder, da können wir auch mal vorbeischauen, ne? Äh, Moment, ich möchte gerne... Wo müssen wir hin? Hier? Ne. Ne, hier? Da, da, ja. Genau, das war da. Äh, hier? Ne. Ja? Ne? Äh... Ah, hier war das, ne? Ne. Hä? Ist doch hier? Ich hasse das, ne? Du gehst ins Journal und kannst einfach nicht das auswählen. So. Neu Delzter Ostweg, da ist es. Okay. Ciao. Wir gehen mal ganz kurz zu dem rüber. Äh, ich muss hier hin. Ich muss auf die ganz andere Seite. Ich werde sein. Ich werde deinem Opponent. Was zu tun? Moin. Moin. Dach. Je mehr Leute meine Erfindung benutzen, desto schneller effährt die ganze Welt davon. Oh, guck mal, hier. Feuersillenstein, Regenbogenflasche, Blitzillenstein, Eissillenstein, explosives Elementgebräu. Oh, du hast mir etwas mitgebracht? Ich danke dir. Was würde ich nur ohne dich tun? Wenn du nun Zeuge der Geburt einer Erfindung, die die Welt verändern wird. Das ist wichtig, weil damit können wir die Fähigkeiten der Erfinderklasse erhöhen. Die Sprache verschlagen? Das überrascht mich nicht. Ich nenne mich schließlich nicht umsonst Genie. Jetzt weißt du, wie man die Erfindung baut. Kannst du dich selber daran versuchen? Ich bin mir sicher, dass du sie gut gebrauchen kannst. Erfinder lauernd, Wannfähigkeit, explosives Elementgebräu gelernt. Danke. Dank deiner Tat kräftiger Unterstützung bei der Materialbeschreibung geht meine Arbeit gut voran. Du legst dich wirklich ins Zeug für mich. Meine überragende Brillanz hatte ich wohl in ihren Bann gezogen. Wie? Ja, klar. Okay, explosives Elementgebräu. Huch. Eine mit Elementarmagie gefüllte Flasche. Sie ist sehr stolz empfindlich. Achso, das... Das Verfahren zum Komprimieren von Magie war eine weitere Erfindung, die bei der Entwicklung dieses Gefäßes gemacht wurde. Achso, okay. Was haben wir hier? Unfehlbarer Ohrring und kritischer Ohrring. Oh, die haben wir letztens verkauft, glaube ich. Ein Soldatenlangbogen, eine Wächteraxt und ein Großschwert. Okay, Großschwert. Ich schreibe mir das mal auf. Ich schreibe mir das mal auf, einfach, ne? Soldaten. Magiebräu. Großschwert und Kriegsbeine oder so, ne? Rechte Axt, okay. Das Problem ist nur, hier werden auch die Sachen angezeigt, die ich ausgerüstet habe, ne? Das ist nicht so gut. AK-Spule habe ich gar nichts. Und hier fehlt mir Blechspielzeug und nochmal anderes. Und hier fehlt unfehlbarer und kritischer. Unfehlbar und kritisch. Ohrring. Kann man die kaufen hier? Ich gucke mal gerade. Ne, da oben ganz sicher nicht. Wenn, dann hier in dem Ding oder in dem Ding? Oh, unfehlbarer Ohrring. Gut. Jetzt fehlt nur noch eine kritische Ohrring. Was ist hier noch so drin? Stoßtrupp oben. Zauberermesser ist gar nicht mehr so gut. Okay. Oh. Flornes Thema. Alles sei dir. Ah. Jetzt kann man in diesen Läden überall diese Dinger kaufen. Okay, cool. Wahrscheinlich in irgendeinem der anderen Anfangsgebiete gibt es das, äh... Totoha vielleicht? Ich meine... Könnte möglich sein. Ne, da ist ein... Der Fähigondor. Ne, den will ich nicht haben. Ah, hier war die Siedlachs. Naja. Ich bringe ganz selten den physischen Angriff des Ziels. Physischer Angriff bis 290. Ja, die ist geil, aber... Würde ich nicht kaufen, tatsächlich. Also, das ist alles... Nicht so geil. Okay, dann gehen wir... Was? Ist da so ein Rio vielleicht da, ja? Mikaris Thema. Schön. Lebhafter O-Ring. Okay. Dann... Ins nächste Startgebiet. Hier. Krachtpark. War das schon ein Startgebiet? Ich weiß es noch gar nicht mehr. Ist egal, wir gucken uns das jetzt an. Ach, hier musste man nach unten, ne? Kritischer O-Ring. Perfekt. Was haben wir noch hier so an Stuff? Nichts mehr Wichtiges. Okay. Sehr schön. Dann gehen wir nochmal zurück zum Händler. Äh... Das war Neu-Delts da, ne? Ich weiß es mal wieder ein bisschen länger, aber... Ist ja nicht so schlimm. Ich finde das voll geil mit diesem Tag und Nachtwerk. Wechsel, ne? Diese zusätzlichen Fähigkeiten. Das... Das wertet dieses Spiel einfach so unglaublich aus. So, hier. Kritische... Dingsbums. Aha. Eureka, ich hab's geschafft. Erfindung Nummer 3. Die kritische Brille. Durch die größten und speziellen Gewissheit kann man ein Objekt von Interesse ganz genau betrachten. Und zwar so genau, dass man sogar die Struktur und die Härte erkennen kann. Hattest du bei diesem perfekten Werk die Sprache verschlagen? Das überrascht mich nicht. Ich nenne mich schließlich nicht umsonst. Nie. Jetzt, wenn du weißt, wie man die Erfindung bauen kann, kannst du dich selbst daran versuchen. Und ich bin mir sicher, dass du sie gut gebrauchen kannst. Dank deiner Tatkräfte und Schüsse bei der Betreiberschaft geht meine Arbeit gut voran. Du legst dich wirklich ins Zeug für mich. Meine überragende Brillanz hat dich wohl in ihrem Mann gezogen. Okay. Jetzt haben wir die Hälfte der Sachen auf jeden Fall mehr als die Hälfte fertig. Ach, den Erfinder haben wir gerade gar nicht da drin, ne? Schade. Ein Schritt... Oh, die kann jeder lässt den Träger zu Kampfbeginn als Ersten handeln. Ja, moin. Okay, der... Weißt du, es gibt hier die eine Fähigkeit. Hier, das hier. Er hat die Chance auf den Erstschlag. Aber dann machst du einfach das hier. Und wenn du kämpfst, bist du halt als Erster. Das ist ja geil. Und das gilt für alle. Das ist ja geil. Cool. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.